Buon Suave Muchachos! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege! Auf Konsulat wird gezockt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir zocken zusammen mit Mabossa und OP-Killer. Hallihallo! Hallihallo! Und wir zocken im Motherfucking-Bombe-Modus. Weil... Also entweder OP-Killer oder Ari, ich weiß nicht wer von beiden, Bomben-Modus drin hat. Ich vermute stark OP-Killer. Oder PSC! PSC-Foul ist auch hier, Muchacho! Irgendwer jenen. Jedenfalls sind wir jetzt ranken im fucking-Bomben-Modus unterwegs und ich habe keinen Plan. Ich nehme einfach Back. Ich nehme den Schäfer. Ich weiß nicht, ob ich Marvin den Schäfer geben würde, aber okay. Keiner Mutter haben. Das erste Mal, Muchacho, dass wir so auf irgendwo zwischen Gold und Platin-Elo-Bombe spielen. Vermutlich kriegen wir hart auf die Schnauze. Aber mal sehen. Wir können auf das Ergebnis gespannt sein. Ich weiß noch nicht mal... Gibt's... Sind die Bomben-Spots hier anders als beim Bereich Sicher? Ja. Garage unten ist Garage und Küche, ne? Gibt's unten Archive eigentlich? Oh, okay. Archive, ne, gibt's nicht, ne, ne. Gibt's nicht? Es gibt unten einmal Garage, dann gibt's einmal Lobby und dann gibt's einmal oben. Aufhört, meine Drohne. Oh, wen haben wir denn hier? Verschwinde! Habe ich gerade gesehen. Oh, da haben wir schon einen Leasen. Jäger markiert. Oh. Zack, ich versteck immer hier. Oh, wo spawnen wir überhaupt? Ich bin Tanksteller. Der Jäger ist hier noch auf dem Tor. Jäger ist auf dem Tor, ich markier ihn immer mal. Ja. Er ist immer noch da. Oh, ja, nice. Ja. Sorry, dude. Sorry, dude. Ich fürchte, er ist sehr traurig deswegen. Ist hier echt so hart, schnell reingerushed. Ne, ich hab ein Waffe. Äh, hier. Ich will. Durchs Fenster durch, oder was? Jo. Der steht doch neben mir! Der Legion ist hier! LOL! Oh, ich hab gerade... Ich hätte jetzt gerade den Mira gekillt. Oh, wie kann das sein? Vorsicht, Mira ist da. Oh, das war nicht gut. Ah, scheiße. Mira ist da unten in der Küche und Smoke ist da, oder? Okay. Äh, Smoke war in der Küche. Und Mira lag, glaube ich, da unten in der Küche. Also theoretisch... Mira und Smoke waren in der Küche. Pass auf. In der Küche, okay. Okay. Dann fehlt nur noch einer. Kannst du in meine Drohne gehen? Äh... Ja. Hier ist Marvin drinnen. Äh, ist... Roller Drohne. Ja. Und Echo Drohne. Die war schon da, wo du gerade hinguckt hast. Ja, ich hab's gerade voll abbekommen. Der dritte Mann. Echo ist hinterm weißen. Also auf der Rückseite. Achso, okay. Digga, was machst du denn jetzt hier, Ari? Und dann kann ich ja in die... Cam gehen. Okay, wir schauen noch mal, wo die... Äh, Echo Drohne ist. Ich hätte sie gerade... Ah, die Echo Drohne ist dort, okay. Okay, der ist immer noch da. Einer ist jetzt hinterm weißen Van. Ja, deswegen versuche ich. Und überm weißen Van ist die Echo Drohne. Breaker, komm. Oh, ich hätte gerade rushen sollen. Fuck. Hinterm weißen Van. Jo. Nice. Pass auf, pass auf. Nein, ich wollte... Ich war so langsam. Shit, ey. Wollte noch schnell dahinter. Ja, ich hätte gar nicht erst nachgeladen. Nee. Das war mein Problem. Deswegen war ich auch so langsam. Ja. Oh, da kommt C4. Digga, mach's los kaputt! Oh fuck. Nee! Das war schlecht bei mir. Shit, shit, shit! Oh, ey, das... Das passiert mir aber ganz oft. Lesion. Dann lade ich nach. Will mich wegbewegen. Und bin einfach todes lahm. Was ist ein cooler Spot? Ich kenn leider hier null. Ich hab hier... Ja. Oben, oben. Ich mach jetzt eiskalt. Mach jetzt eiskalt. Motherfucking Puls. Von unten. Läuft! Von unten. Ich pimmel jetzt im Klavierraum rum. Ich versuch's zumindest. Jetzt läuft's besser. Mit der Lion-Funktion wurde mir die Mira angezeigt. Durch die Wand. Ich hab auch einmal angeschossen. Hat sie auch angefragt. Man steht einfach genau neben mir. Im Greifreichweite der Legion. Was machen wir hier so zu? Hä? Ich hab hier mal auf. Ja, nein Marvin, das war schlecht. Ja, echt? Das ist genau die Wand, die man zu macht, damit sie nicht von den Fenstern aus in den nächsten Bombenraum zu A durchziehen können. Achso. Genau deswegen versteckt man hier. Aber kann ich einfach machen. Aber hier aufmachen, oder? Bitte? Hier kann ich aufmachen. Ja, doch. So, dann würde ich sagen... Kicken wir mal, was wir mit Pulse so reißen können. Alles zu klatschen. Hier ist so selten Pulse, ja. Ah, okay. Das war dumm. Hier kommt schon was. Zwei Leute kommen hier Konsultenroh hoch. Es sind mindestens drei an der Südwahl. Du bist eiskalt schon tot, oder was? Ja. Ja, hier ist es halt sich gerade wieder hoch. Oh. Siehst du da irgendwas, Siko? Von der Seite? Von welcher Seite? Da, wo du bist. Äh, ja. Hier ist einer. Aber nicht Yellow oder so, oder? Nee. Nee, Yellow ist nix. Oh, da kommt ein Schild. Okay, Schild scheint down zu sein. Kannst du theoretisch jetzt raus, Bitch? Ah. Den hat's nicht erwischt. Sehr schön. Einer hat sich gerade abgesäult. Einer reprelt sich gerade rechts von dir runter. Lampus hat. Ja. Schild nur Rissen. Ja, doch. Schild. Huh. Ich glaube, wir kommen, oder? Ich glaube, ja. Sensor. Ja. Ja, willkommen. Please. Lies. 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 Das ist C4, der sich wieder an die Wand ran saugt, Alter. Ich hasse das bei dem C4. Haben wir, haben wir, haben wir. Please. Okay, das war eine schöne Runde. Jetzt wieder Angriff. Die Runde läuft besser. Ja. Angriff. Warte. Ich nehm keine Pizzaung mit. Dann können wir das Smokeband machen. Hier ist doch wirklich Lion godlike, oder? Deswegen nehmen wir Lion. Und dann nehm ich auch gerne den Entschärfer. Hallo, ich will. Okay, nehm ich. Let's see. Okay, okay, okay. Oh, die sind doch bestimmt jetzt auch oben, wenn oben so ein geiler Spot ist. Ah. Ja, doch. Ja, Lobby werden nicht sein. Das wäre echt der schlechteste Spot. Ja, das ist ja nachher ran. Toll. Bin genau in den Bildschirm reingefahren. Hat sich gerade gestellt. Hm. Wo geht man da gut rein? Vielleicht Verwaltungsbüro? Theoretisch, wir haben nichts. Theoretisch kann man natürlich alles von unten aufmachen da. Von unten hier im Lobby kann man alles aufmachen. Theoretisch könnte man die ganze Decke aufmachen. Aber wir haben keinen Bug oder Sophia oder irgendwas dabei. Bestimmt. Einsatz in 5 Sekunden. Oh Marvin, willst du da reingehen oder? Können wir echt da hin. Entschärfer wurde erneut gesichert. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Ja, da ist leider der Legion drin. Alle neues Magazin. Aber vielleicht kriegen wir den ja irgendwie raus. Oh ja, der ist hier drinnen. Anfänger. Nice. Brauchen wir gefunden. Dann gehen wir mal. Ist das nicht so scheiß, Ken? Passt. Aktiviere ich meinen besten Legion. Ich mach es. Ich mach es. Jo. Ich schick nochmal die Drohne rein. Achso, gehst rein. Ich bin drin. Ist er da? Ja, Mann. Wo? Er war links. Wow! Ach da. Ich hätte jetzt woanders gehört. Oh Mann. Ich hätte auch erst eine Drohne reingeworfen, aber als du drin warst. Ich bin einfach hinterher gegangen. War nicht so klug. Erstmal werfe ich die Drohne. Loli. Lalalalalalalalala. Dicke, raus und kill. Dann haben wir alle zwei killed. Also, baldig. Das war's. Ich hab auch gerade markiert. Ja. Sehr schön. Hallo? Der war das denn? War das der Legion? Der war das denn? Der ist ein Eliminierungsassist. Wo ich den gar nicht getroffen habe. Einer vom eigenen Trupp verbleiben. Wow! Wow! Alter, wie hast du... Wie zählst du denn, Alter? Alter. Das war... Das war... Ich war mir gerade nicht sicher, ob er jetzt links rum läuft oder rechts rum. Ah! Sehr schön. Okay, aber geholt. Ich hab zwar die ganze Zeit nur draußen rumgepimmelt und am Ende einen Kill geholt, aber... Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Zwei? Ne, einen. Zwei. Zwei? Wir nehmen jetzt... Jut. Kapkan. Zwei? Du hast zwei Kills gemacht. Wo hab ich denn die ersten gemacht? Einer. Wir haben den Lesion. Und dann eben gerade. Achso. Oh ja, stimmt ja. Mira. Mira muss doch ganz geil sein. Wir nehmen Mira. Mira. Soll ich Bandit? Lobby oder Garage? Was nimmt man da? Garage, Garage, Garage. Lobby ist das Schlimmste hier, ey. Alter, dann mach ich hier die Technik. Die ich auch immer bei Bereich sichern mache. Perfekt! Müsst du auf jeden Fall hier übertrieben hart aufpassen, oder? Ist das nicht normal so einfach mit Montagne hinstellen und dann einer patscht dahinter? Ja. Ich wurde entdeckt. Staffeldraht. Der Job von oben ist zu. Ey. Bratz! Gimme Ruhe, gimme Ruhe. Brauchst du irgendwo noch eine Verstärkung, Marvin? Nope. Thank you. Ich zieh mich jetzt hier zurück. Mach hier einen Kollegen hin. Hier einen Kollegen hin. Und mach die Tür zu. Du. Alter, der Sound. Komm um Yellow Seas. Hm. Oh, da kommt schon ein Twitch. Sehr schön. Oh, Tanja kommt drauf. Da ist man schon. Moin Tanja. Sehr schön. Jäger, Lusari macht das im Solo-Gang. Geht hin. No, na. Pianos. Einer. Okay. Jetzt stehen hier alle. Hier vorne. Ah, der. Hält der auch. Den. Komischen Peak. Ich hätte gerne, dass jemand von hinten die Augen aufpasst. Bei der Garage. Sehr schön. Bug habe ich. Irgendwer kommt rein gerade vorne? Ja, ja, ja. Ah, das war einer. Oh, fuck. Da war noch einer. Unter mir war... Achso, das war einfach eins. Oh, der Bug ist noch da. Ich habe irgendwann alles gekillt. Aber da am Klo ist noch einer. Ja, aber das ist gar nicht so geil, wo ich hier bin. Ich kann nämlich da nichts mehr machen. Wenn die einnehmen. Okay. Aber ich glaube, die legen, ne? Ari kämpft hier oben. Ja, nice. Was? Good job, Ari. Drei Leute golt hier runter, wa? Ja. Not bad. Aber einer ist irgendwo links in der Garage drin, ja. Einer ist irgendwo in der Garage. Schätzungsweise bei einem weißen LKW. Hinter weißen. Ja. Ich warte noch. Draußen. Draußen. Ich habe so keinen Plan, warum man was man jetzt machen sollte. Aber genau an der Ecke. Oh, Loll, du kannst den chatten. Easy win! Loll! Loll! Bratz, Bratz! Hast du ein bisschen zu weit hinten geplantet, sodass Marvin in Deckung gehen konnte? Zum Glück. Satze mit der X. Okay. Ja, das haben wir schon mal hinbekommen. XO ist schon Matchball jetzt, wa? Nochmal Lion. Ich meine, wirklich Lion. Wobei eigentlich, der ist richtig sweet. Kapitao jetzt auch irgendwie mit Schild, das man so hinter dem Schild planten kann. Mit Rauchwolke und so. Ja, theoretisch ziemlich cool. Ich bin da. Oh, Marvin macht sogar mal Teil, ja? Genau. Ne, ich mach den Montagne. Okay, Marvin stellt sich Montagne hin. Ich werde mit meinen Smokepfeilen alles absmoken und OP-Killer-Plater dahinter. Okay. Ja, Plan! Er steht. Sobald sie defusen wollen, kommen Feuerpfeile ins Spiel. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Dann schauen wir mal, wo wir sind. Oh, ich finde Bombe jetzt mit solchen Tactics eigentlich auch zum Crash. Aber sie haben wohl schon gewonnen. Wir sind oben. Hola! Oh, bei der ist eine Bombe. Ja. 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 Sobald ihr uns im Video sehen. Habt ihr ein Problem? Oh. 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 Cam entdecken. Doc und Lesion. Mute. Jetzt gehe ich nicht zum Verwaltungsbüro. Dort cerdas beim Balcony. Okay. wo soll ich denn eigentlich hin? Soll ich auch Balcony? Äh ja, Birne. Okay. Okay. Papapapapapapapapapabapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap. Gehen sie vor. ich werde mal wo bittchen die mal raus und picke oder bittchen hier vorne raus wenn sie auspischen oder bittchen hier aus dem fenster raus eigentlich hier auf die fälte aber dann kommen die schon hier oder dann schaue ich mal dort haben wir einen der piekt links der raum ist free also der raum an sich ist free warte nicht weggehen nicht weggehen einer ist halt am schild ist denn so schlimm bei mir bewegt mich nicht hinten durch ist einer ich habe auch zwei rauchgranaten also ich könnte geradeaus werfen und links und dann könnte ich reingehen jetzt nicht jetzt nicht warte ich versuche mal über die stairs doch zu kommen ja mach mal aber wie gesagt geradeaus durch ist einer nicht mal okay jetzt auf jeden fall support deco kommt jetzt von dort also dort hinten ist schon mal eine opkiller kannst du meine camp abchecken rechts von dir ist noch einer deco ne also da wo du vor ein paar runden den vision geholt hast was zum loyal verwaltungs ich würde gerne zu loser ari gehen aber so verlassen jeder stirbt der hier ist nein ari ist auch da und ari ist auch da und wir haben eine frost leute die info weg ok das wusste ich nicht dass die frost habe ich auch nicht gesehen warum klappen die pläne eigentlich nicht aber dass dieser plan muss auch sagen ist in der garage leichter durchzuführen jetzt müssen wir aber definitiv müssen auch gedacht bekommen sonst wir können nur lobby und presseraum gehen was ist das was kann man da gut spielen kann man irgendwas gebrauchen eigentlich nicht viel was gut wäre wäre jäger ok dann spielen wir zumindest schon mal jäger irgendwie nützlich sein auch piano ist das und dann nehmen wir mal echo oha alter ist aber echt böse achso oho ich hab was fies vor eieieiei das ist aber echt ein böser spot hier keine frazze ja musst du ja auch etwas verstärken dann chill ich mich aber ganz klar einfach hier jetzt will ich deinen gemein plan auch erfahren haben wir noch zehn sekunden die gegner haben eine bombe lokalisiert kein plan wo ich mich hinstellen sollte ich glaube ich einfach hier auf die stairs so come on da ist der op killer mit seinem bösen plan auch schon down aha oh hier ist der mit dem montant hier den kann ich gleich schon mal wegäumeln nice sehr schön gut gemacht kann man nicht da oben auch durchschießen von oben ja kann man ja stimmt hier wird smoke einig vielleicht aber jetzt chill ich hier mit echo ahri oh nichts ja genau hau da mal wieder ab ich hab keine ahnung was da sonst abgeht drei leute davor ok ich werde die auf jeden fall abhalten zu legen zu legen zu legen Beteiligungssystem kann man hier noch irgendwo oben rausbinden auf dem Balkon oder so vielleicht ja aber das ist nein meine Drohne ist weg fuck Leute du gehst vorne toll hä die sind schon Piano lol lol soll ich war schon tot bevor ich rausgesprungen bin alter mission gescheitert oh das war lol Digga mein Spielcamp ne das war nicht sehr erfolgreich ne also der Spot war auch scheiter aber es sind auch das geht ja schnell geplant ich hab auch kein ich weiß nicht ich weiß nicht ich hab zu wenig Plan von diesem Spielstil der konnte leider nichts machen Thatcher hat meine Yo-Kai Drohne zerstört aber ich mach das jetzt hier mit Ying Was? Triad, Triad, go go mhm find den Operator geil und im Bombe Modus ein Moose will doch mal Assi leihen oder? ja wir müssen es nur schaffen zu planen haben wir gewonnen hehehe so der Plan hehehe wenn die jetzt wieder nach unten gehen dann die werden nicht nach unten gehen aber wenn wir nicht so aufsprengen ne? und die sind unten die sind unten dann gehen wir am besten entweder wieder mit der Visa ok ach du scheiße echt Käse das will keiner aufmachen aber ist egal dann kommen wir von hinten von Kitschen das sind unsere Taktik sind das das ist Absicht Tankstelle spawnen eure Drohne hat eine Bombe gefunden ok wir müssen es echt nur irgendwie schaffen dass die Bombe geplantet wird danach haben wir die Warthacks kommt mal mit zu mir nach vorne also der erste Spawnpoint Riot Barricade von der anderen Seite ok dann wollen wir mal eigentlich hier durchgehen ich kann von der anderen Seite Flakten und so ja let's a go ok GG oh ne ganz kurz unten oh 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 wo ist der jetzt hin der Rube? na da war ja jemand ich habe einen Effekt der Rube haut wieder ab Lass auf da oben soll wohl jemand sein ich schick kurz ne Drohne ok von da kommst du ok dann kann da nichts sein da sehe ich einen Laser oben ein Visa oder? echt? also der Rube liefert auch irgendwo hinter uns rum weil er ist auch runter young der ist in der Garage runtergegangen auf dem Geluss der ist ja schön nice Ari hat einen gekillt hier dann nochmal was der hat meine Drohne ey what the heck nice plantet ihr? hier noch ein Blatt oder so von hinten ja Server Bakery der OP kill hast du dich nicht gesehen? sehr schön ich habe einen Drift könnt ihr jetzt planten? warte da vorne bei einer Rube versorgt ah ne Ari ist da easy ich habe mich erst so gewundert so wo stehst du denn hin? aber ARCOG ist auch sehr sehr schwierig ganz nah vor allem weil da näher ging es ja auch nicht direkt vor mir Leute wohin? ähm oben nochmal nochmal oben ist eigentlich glaube ich so eine schlechte Idee würde ich dann Frost ist eigentlich auch nicht dumm da ne aber ich bin ganz klar gut dass wir machen ok dann machen wir das machen wir das dann versuche ich mich irgendwie versteckt zu halten ja nachdem ich meine erste Chapkele so Mitte versteck ich versteck mich in die Ecke ihr müsst alle Drohnen wegkriegen ich will mich auch irgendwo verstecken da haben wir schon LOL die Gegner haben eine Bombe lokalisiert auf eindliche Aktionen vorbereiten aber eine in Ordnung eine down eine down ich habe mir mal verstärkt irgendwas nein oh wurde noch nicht erkannt jetzt gehe ich los am besten machst du hier eine hin so ja beim barf die Gegner haben eine Bombe lokalisiert auf eindliche Aktionen vorbereiten die Gegner haben die Gegner haben die Gegner haben was sie haben niemanden mit contact Nades hier geht das Fenster auf das heißt hier Fenster ist open von so wie hoch hier ist Oh, ist ja nix. Ich fahre mit Echo. Oh fuck, Alter. Alter, ich bin gerade richtig eingechappt. Ich kann nichts machen gerade. Am Fenster zieht einer auf mich und von oben zieht einer auf mich. Nein, ich bin wieder. Ich bin geblindet. Hilfe. Ich bin hier mit der Echo-Drohne. Das Problem ist, dass ich von da auch noch geschossen werde. Ich fahre jetzt vorm Fenster. Schwingt rein. Ne, doch nicht. Zwei Leute davor. Nicht piken, nicht piken. Drohne ist drin. Ich fahre mit dem Fenster auf. Ich fahre mit dem Fenster auf, Deco. Kommt rein, kommt rein. Abhin. Ja, der war vollkommen am Arsch. War gut. Blackbeard ist wieder vorm Fenster. Zwei Leute vorm Fenster. Der nächste kommt rein. Nächste kommt rein. Der Thatcher ist noch davor. Ey, Thatcher ist tot. Achso, der ist schon tot. Der trägt nicht bei mir noch. Und der Blackbeard ist wieder vorm Fenster. Immer noch hier oben. Pass auf, Flash. Ja. Ich zeig dir, wann Blackbeard reinkommt. Nice. Der Blackbeard piekt jetzt immer noch am Fenster. Ja. Ich weiß immer noch, die oben am Fenster war was. Das Fenster hier ist safe. Flash. What? Wo? Muss bei A sein. Muss bei A sein. Ich muss zu A gehen jetzt. Ja, ja, geh. Nice, nice. Der Blackbeard ist noch hier, aber... Ich muss mich nicht mehr hören. Haben wir! Haben wir! Nice one! Sehr schön gespielt! Sehr schön! Sehr schön auch an Ari und Mr. Fpscfoul. Aber das war echt mal was komplett anderes. Also da ist man mit euch nicht ganz so... War was komplett anderes. Komplett taktischer. Aber ich finde, wir haben vor allem jetzt in der letzten Runde sehr gut zusammengearbeitet. Ja. Also der Konsul haben wir gut geblockt, würde ich sagen. Mochachos, wenn es euch gefallen hat, gebt einem einen Daumen nach oben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht öfter mal gerne Bombe sehen würdet. Ansonsten sind wir das nächste Mal wieder bis dahin reingehauen. Ach nee, warte, wir gucken eben nochmal hier ein bisschen Punkte und Alpha Pack, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Alpha Pack, ja. Alpha Pack, 3% ist wichtig. Oh nein, die Platin. Back to Platin. Leider nein. Alpha Pack! Ich habe leider auch keins bei 26%. Wo Chachos jetzt aber, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schaut auch bei OPKiller vorbei. Link in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao, bro! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.